Also ich habe den Punkt A und B gegeben und damit natürlich den Vektor AB und ich suche ein C, sodass eben AC und AB, die sollen parallel sein und AC soll die Länge 4 haben. Also jetzt Skizze machen, ich habe hier so AB und ich suche ein, ja hier ist C, ein AC und die sind in der gleichen Richtung. Gut, und die haben den Betrag 4. Jetzt erstmal natürlich abmachen. Also AB, diesen Vektor brauche ich, Spitze minus Fuß, 1, 2, 3, minus, 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 3, 8, 12, ist gleich minus 2, minus 6, minus 9. Also die Richtung ist ja nicht wichtig, ich könnte auch in die Richtung gehen, aber jetzt lasse ich diese Minusse mal stehen und jetzt, ich will diese Länge 4, deswegen rechne ich mal den Betrag aus. Betrag von AB ist ja 2 Quadrat plus 6 Quadrat plus 9 Quadrat, Wurzel draus. Also in dem Fall die Minusse fallen alle weg. Und dann bekomme ich 11. Also ich habe einen Vektor der Länge 11. Ich will einen Vektor der Länge 4. Also ist die Situation eigentlich so ein bisschen anders. Ich habe hier mein AB der Länge 11 und ich will was der Länge 4. Genau. Und wie machen wir das? Ich kann ja, wenn ich diesen AB, der die Länge 11 hat, teile durch 11, habe ich mal was der Länge 1. Das sind diese Nullvektoren. Also ich nehme, wenn ich hier, ich mache es mal mit Zahlen, 1 Elftel mal minus 2, minus 6, minus 9. Dieser Vektor hätte die Länge 1. Ich kann diesen 1 Elftel auch, das mache ich jetzt nicht, mache ich später. Doch, mache ich doch. Ich kann das nur so zu fahren. Ich kann das auch so schreiben. Minus 2 Elftel, minus 6 Elftel, minus 9 Elftel. Der hat die Länge 1. Ja, Länge 1. Ich brauche aber die Länge 4. Naja, was tue ich? Das mache ich hier einfach mal 4. Ja, also das ist mal 4. Und dann habe ich ein Vektor der Länge 4. Ja, weil erst Länge 1 und Länge 4. Also sauber hingeschrieben. Es ist hier ein bisschen mit Brüchen, das muss ich zugeben, die Aufgabe. Also minus 2 mal 4 durch 11. Minus 6 mal 4 durch 11. Minus 9 mal 4 durch 11. So, viele Brüche nicht schön. Aber dieser hat die Länge. Also der hat jetzt nicht mehr die Länge 1. Ja, aber der hat jetzt die Länge 4. Passt. Und auch die Richtung. Und gesucht ist aber C. Also das ist mein Vektor jetzt. AC. Ja, der ist das gleiche. Also AC gleich 4 mal 1 Elftel mal AB. Damit habe ich aber noch nicht mein C. C bekomme ich. Also ich habe hier 0. Habe hier A. Habe hier B. Also ich muss von 0 nach A. Und dann muss ich diesen AB Vektor 4 Elftel laufen. Dann bekomme ich C. Also C ist gleich 0 A. Machen wir es so. Ortsvektor plus 4 Elftel AB. Gut. Und ja, C ist dann, C müsste es sein, was haben wir denn? 3 minus 8 Elftel und 8 minus 24 Elftel und 12 minus, was haben wir denn? 36 Elftel. Also das kann man dann noch runden und was weiß ich. Aber der Teil ist nicht mehr elegant. Und ich habe versucht, dass eben die Beträge hier glatte Zahlen sind. Und dieser Weg, der ist eben, der, ja, die Idee ist wichtig dahinter, wenn ich einen Vektor habe, so einen Vektor AB. Und dann kann ich den mal 5 nehmen. Dann wird er 5 mal so lang. Oder mal ein Halb. Dann wird er ein Halb so lang. Und wenn ich ihn, wenn er die Länge 11 hat, ich mache ein Elftel, kriege ich halt einen Meter. Wenn er Länge 17 hat, muss ich mal ein Siebzehntel machen. Dann bekomme ich ihn immer auf diesen einen Meter. Ja, und so kann ich bauen. Ja, und dann darf er. Und dann habe ich auch hier. Das war's.